Howdy Motorrad Gang Freunde zu einer neuen Folge GTA Online Alle Anmoderationen sind so scheiße Hallo und herzlich willkommen Sexy Und du beschwerst dich noch einmal über die Einladung von Easy Genau Warum bin ich eigentlich der einzige, der ein Geländemotorrad hat? Oh, das kannst du Oh, oh Was? Ähm, hallo? Wie, wo, was? Hä? Lol Ich verstehe es Es gibt zwei Runden Holy Nein So geht Lol Ne, oder? Ne, oder? Ich hasse solche Strecken, hab ich euch mal erzählt Wo? Lol Ist halt ein Mase Cool, dass es sowas mit Motorrädern gibt Mit Fahrrädern am besten, oder? Ja, klar Ne, mit zu Fuß Fuß, wär auch cool Zu Fuß Du bist ein Spider Ich bin voll Woh Huuu Weil ich gar nicht auf Speed zu nehmen muss Du fliegst zu weit Boah Danke, Mann , du arsch Nein, nein, falsche Richtung, falsche Richtung Nein äh, was, was? Und, tschuldigung Du machst den Mann, hau ab! Nein! Ich bin halt zu viel bei den Rennen. Ja, heute sind sie echt irgendwie cool. Ich verstehe es nicht, wo lang! Was? Runde 2! Schon? Ja, ist nicht lang, aber anstrengend. Nein! 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 Ja gut, ich bin tot. Ja gut, hier geht die Treppe runter. Was? Ich hatte den Checkpoint! Mann! Das Spiel verarscht mich. Nein, 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 nein! Ja, super. Ah, Mann, ey. Ich krieg echt T.I. noch zu viel hier. Ich krieg die Motten. Ich krieg die Motten? Ich krieg Kinder. Mit Karotten. Die Motten mit Karotten. Hab ich das vorher geschafft? Nein! Man sollte halt erstmal die Rampe treffen, wenn man da hochfahren möchte. Boah, das war ein Move! Das war ein Move! Das sag ich euch! Ich hab den gepupst! Move like Checker? Ja, Mann! Ich hab den echt eiskalt gepupst! Au! Niveau! Niveau, wir sinken! Wir sinken! Wohin sinken wir? Insinkender Schiff! Hä? Hä? Was? Wir sind einfach so durch. Das macht voll Spaß! Wieso fährst du hier eigentlich runter, wenn ich hochfahre? Ich bin runtergefallen. Oh, 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 oh! Die neue Fanta. Was? Orange küsst Orange. Oh je, das war voll daneben. Abseits! Nein! Tschüss! Das war ne Wand. Oder ne Mauer. Oder ein Zaun oder so. Ne, das war so ein Lüftungsaufsatz auf dem Hochhaus. Ja, den hab ich vorher auch geklutscht. Hier ist wieder diese komische Treppe, wo ich vorhin runterfahren wollte. Oh, ich krieg's nicht hin. Ist mir zu viel grad. Hallo? Hallo! Oh Mann, ey. Kannst du es noch mich einzuholen, weißt du? Ja, klar. Boah, du müsstest dich schämen. Hätte ich nicht gedacht nach dem Staunt. Oh Gott, ey. Zu heiß. Einmal zu heiß für mich. Hot in your cold. Oh Mann, ey. Oh Mann. Gefällt mir. Das ist bitte kein Wun. Gemeindearbeit oder Pflichtkurs. Pflichtkurs ist ein Radrennen. Yeah, ich hab die Überstiftung. Oh, andere Menschen. Hilfe. Ich sehe andere Menschen. Oh, sexy. Hui. Aber das sind eigene Fahrzeuge an, also ich nehme auf jeden Fall meinen eigenen, wenn man gegen andere fährt. Ja klar. Oh Mann. Verständlich. Oh Mann. Heul nicht runter, ist doch auch ein. Oh Mann. Ist doch auch ein. Ja, trotzdem. Oh Mann. Gibt's bei euch auch grad Glockenschlag im Hintergrund? Nein. Das kam grad bei mir. Ne. Oh Mann. Ich wette mal auf mich. Du wettes auf dich, weil du das kannst. Mach ich spontan auf. Nein. Jetzt verliert er extra. Yeah. Yeah. Sexy. So, was haben die anderen Länge leistet? Okay, ich bin der Beste. Ja, das glaube ich mir. Glaube ich dir. Also von der Statistik her. Doppelt so hoch vom Out, vom Level her. Also von daher. Jo. Wer hat da die Clownshupe? Hm. Die Hupe hab ich auch. Da 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 da. Bam. 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 Okay. Es gibt also mindestens drei eigene Autos. Es waren drei verschiedene Hupen. Oh, der Unterwecke bumst. Ja genau! Der Spieler wieder! Das ist unglaublich! Oh Mann ey. Nein! Nein! Marcel, jetzt glaube ich es aber nicht. Mann! Der NPC! Ich habe nichts mehr. Richtig. Ich bin der zweite oder dritte? Zweiter? Zweiter nehmen wir. Oder jetzt der erste. Dann kann ich den hier nämlich wegkramen. Oh. Ich lag nicht so viel rum, Bongo. Ach, das bist du, sorry. Ne, ich dachte eigentlich eher, dass es einer von den anderen. Das wäre cool, wenn wir drei auf eins, zwei und drei wären. Wir sind auf eins, zwei und drei. Ja, gerade schon. Ich weiß, aber nicht mehr lang. Einer von euch wird verkack. Ja, ich verkack eh. Ich habe kein gettunendes Auto. Ich halte die anderen auf. Oder ich versuch's zumindest. Ja, Hilfe. 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 Ah, Hilfe. Lass uns die NPCs in Ruhe. Pass auf, du bist okay. Ja, okay, der blickt einfach nicht ab, ist okay. Wo warst denn du rum? Was hast du für Runden? Ja, ich bin über dich geflogen. Ja, aber Marcel war auch für Runden. Ach so. Ja, ich musste wenden, ne? Weil der eine wollte in die andere Richtung. Unpassbar. Also ich weiß nicht, wie es bei euch vorne steht. Ich bin Fünfter. Ich bin der Erste. Gut. Das passt. Wie immer, Alter. Wie sich anhören. Sag mal. Also, tut mir mal einen Gefallen, wenn das Video online ist. Guck das bei mir diese Szene an. Vielleicht werde ich es auch irgendwie rausschneiden. Da ist gerade vor mir wirklich ein Transporter einfach so in die Luft geflogen. Also nicht, also hochgeschwulbt. Ohne dass irgendjemand da war. Jetzt bin ich letzter. Okay. Kann man machen. Muss man aber nicht. Boah. 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 Alter. Boah. 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 Ja, gut. Und nun? Ja, gut. Hallo? Hallo, hallo. Ah, ja, wuhu. Na gut. Atem. Ah, Gott. Durch die Nacht. Ja. Und weiter kennt keiner den Text. Wer mag noch Ladebildschirme? Ja, mein Headset hat sich doch angeschweißt an meine Ohren. Jetzt hat er nachher noch Abkrieg? Das ist eine andere Frage. Sie kleben. Da war Unterdruck drauf. Ja, gut. Ladebildschirm. Ja. Ja, kann man machen. Ah, jetzt geht es weiter. Ne, ich bin rausgeflogen. Ich bin im Ladebildschirm. Nein, okay. Ich. Ihr seid, äh, Marcel Hopp hat verlassen, Peter. Marcel hat verlassen, ey. Ist wieder typisch. Wieder typisch, Marcel. Das wurde früher bei mir auch gesagt. Könnt ihr mich schnell einladen? Hab ich schon. Ja, hab ich doch schon. Ah. Typisch, Marcel. Typisch, Marcel. Jetzt bist du dabei. Oh, nein. Also bin ich doch eingekommen. Typisch, Marcel. Typisch, Marcel. Typisch, Marcel. Oh, da kommt ein Gegner für mich. Den putze ich schnell weg. Au. Das hab ich geschlagen. Okay, das geht wieder. Er hat mich gesehen, hatte Angst. Er kennt meinen anderen Charakter. Typisch, Marcel. Typisch, Marcel. Typisch, Marcel. Sonst ist alles okay. Ne, ich frag heute eigentlich gar nicht, wenn das okay. Yay, ich kann meinen Mustang nehmen. Ich mein auch. Ey, zwar nicht allzu sehr getuned, aber immerhin. Ich wette mal wieder auf Mitch. Wo ist er denn? Daher, Marcel Hauptein schon. Komm, ist es denn, du schaffst, dass ich wette 100 Dollar auf dich. Ah, ha, ha. Ja, bist du mir nicht wert. Ah, ha, ha. Was? Habe ich was Falsches gesagt? Verpackt. Oh. Ha, ha, ha. Du, 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 du. Du, 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 du. Manu! Manu! Loll! Hast du schonmal weggeflogen? Loll! Nein, hab ich da kaputt kämmert! Ja? Nein, ich bin dritter, zweiter, erster. Wichser! Wichser! Wichser? Loll! Achtung, der vorne ist giftig. Der ist A-giftig. Woah! Die haben sich grad in der Luft... Oh, easy, sorry, ich hab dich erwischt. Eigentlich wollte ich Marcel haben. Oh ja, toll! Immer auf mich! Eigentlich wollte ich jetzt nicht mehr auf dich gehen, aber ja... Du hast grad auf mich geschossen! Was? Immer auf die kleinen Schwachen! Immer dasselbe mit euch! Kann sein, dass wir die Strecke hier schon mal gefahren sind? Das kann immer sein bei GTA-Rennen. Äh, bei Rockstar-Rennen. Mann, hey! Ich bin mir grad ein bisschen bekannt schon. Ja, bei Rockstar-Rennen kann man das nicht ändern. Ja, genau! Was war das jetzt? Daneben! Genau! Ich würd sagen, wir lassen uns jetzt mal in Ruhe. Was? Dauze! Ja genau, ey! Das ist unfassbar hier! Das ist unfassbar! Ich hab für das Spiel keine Worte mehr. Nein! Nicht so weit drehen! Das war's! Das war eine Kurve, zu viel gedreht! Oh, Mann! Ja genau! Genau! Ah, genau! Daneben! Auch daneben! Genau! Dreh dich! Genau! So macht man es! Dreh dich doch weiter! Und basta! Dreh! Feuerwerk! Ja! Wuuu! Boah, kurz vorm Ziel dreh ich mich fast noch! Oh, du schaffst! Knauze! Du tut mir ne Scheiße ein! Mann, hey! Ich glaub wir haben jetzt 8 oder 9 Minuten zusammen. Knauze! Irgendwie ist hier ein recht kurzer Rennen, stimmt! Na, ich glaub eins geht noch! Würde ich sagen! Vier Rennen! Wuuu! Genau! Na, Izzy, was hast du denn da für ein Auto? Voll die Schrottkoch! Wenigstens machst du es für einen Stadtgummi! Ja! Nimmst du mir was du essen? Genau! Du hast deinen Checkpoint verpasst! Du willst dich verarschen! Wir spielen ein Obdor rein! Ohne Witz! Andere machen Hunderts Altos und fahren ganz normal weit! Das wär nix! Mann! Du hast fast Ziel erreicht! Knauze! Deine Fresse! Deine Fresse hab ich gesagt! Ah, kurz vor Rang 29! Jawoll! Danke Marcel! Danke Marcel! Danke Marcel! 2-9! Was?! Loll! Okay! Ich hab auch nur 500 auf mich gekriegt! So! Welches Ring geht denn noch? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Lasst's rollen oder Hut 86! Äh 68! Das Zweite! Das Zweite! Lade Mann! GTA Lade! Aber Los Santos von oben sieht trotzdem voll schön aus! Ja! Das Beste ist eigentlich, wenn man sich in GTA auskennt, kennt man sich in L.A. auch aus! Ist so, ja! Das siehst du bei den beiden Folgen! Nein! Verbindung zur Sitzung! Ja, ich auch! Dann lass mal ein paar, oder? Ja, würde ich sagen! Meine kurze Folge für euch! Ja! Ciao! Bis zum nächsten Mal! Ciao!